Hallo liebe paar Landrieherbegeisterten da draußen, mein Name ist Donnie Dose und ich habe euch etwas mitgebracht. Ja, und zwar haben wir uns zusammengesetzt und beschlossen, dass wir eine kleine Bewerbungsphase einleiten möchten, aus dem einfachen Grund, da wir mit dem Inneneinrichten einfach nicht mehr so hinterherkommen. Das heißt, wir suchen genau dich, wenn du viel Spaß am Inneneinrichten hast und das genau dein Ding ist, dann bist du bei uns an der richtigen Stelle. Doch keine Angst, ihr werdet natürlich nicht nur einrichten müssen, denn wenn ihr genauso gut baut, wie ihr einrichtet, dann gibt es für euch bestimmt auch noch andere Aufgaben, als nur der Inneneinrichter zu sein. Wenn du denkst, dass genau du unser Team perfekt ergänzen würdest, dann mach deine Bewerbung einfach fertig und schick sie zu uns. Bewerben könnt ihr euch auf folgende zwei Methoden. Erstens, ihr schreibt uns eine Bewerbung im Textformat mit Name, Alter, einem Grund, warum wir genau dich mit ins Team aufnehmen sollten und ein paar Screenshots von euren gebauten Sachen. In dem Fall solltet ihr natürlich Mehrwert auf die Inneneinrichtung legen. In unser Forum, Link ist in der Beschreibung, oder an den YouTube-Kanal von mir, Donnie Dose, ebenfalls in der Beschreibung unten. Der zweite Weg, eure Bewerbung bei uns einzureichen, ist folgender. Ihr macht ein kurzes Bewerbungsvideo von euren Gebäuden, in dem Fall natürlich wichtig, wieder hauptsächlich die Inneneinrichtung zu zeigen, und ladet es hier bei YouTube hoch und lasst mir, eurer Donnie Dose, ebenfalls in den Link per YouTube-Message einfach zukommen. In dem Fall unten in die Beschreibung bei eurem Video dann natürlich auch wieder Name, Alter und einen Grund, warum wir genau dich mit ins Team aufnehmen sollen. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß und viel Erfolg beim Bewerben. Wir sehen uns im nächsten Let's Show wieder. Ja, es gibt Neues aus Avalon, aber dazu gibt es mehr im nächsten Video. Bleibt nur noch zu sagen, möge der Blog mit euch sein. Ja, wir sehen uns im nächsten Mal. Wir sehen uns im nächsten Mal. Ja, wir sehen uns im nächsten Mal. Vielen Dank.